Das ist wirklich unheimlich. Schaut euch das an! Hallo Leute, ich bin Ava, willkommen bei AllesAvaGaming. Heute habe ich mal wieder ein richtig cooles Video. Und zwar reagieren wir auf ein Video. Das heißt, ich bin ein Monster. Also schon mal ein interessanter Titel. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Nur erst habe ich erstmal zwei Chat-Ons für euch. Das erste Stelle geht an Nicole. Hallihallo Nicole. Und das zweite Stelle geht an Lea. Hallihallo Lea. Und jetzt fangen wir an. Das ist mal von irgendjemandem Neues. Also, ich habe noch nie ein Video von ihr reagiert. Oh mein Gott! Ich bin jetzt traumatisiert. Was ist passiert? Was passiert da? Oh mein Gott! Ein Monster. Ich bin ein Monster. Okay. Ich wollte gerade einfach ein bisschen reden, aber... Also, die hat gerade Bücher. Sind einfach verschonten. Auch nice. Meine Bücher verschütteln auch immer. Good morning! Good morning! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte mal. Ich habe gerade was bemerkt. Ich glaube, diese Person macht das auf dem Computer. Oh mein Gott! Geht das? Das gehört jetzt nicht zu der Story. Oh mein Gott! Ich würde gar nicht, dass man auf dem Computer sogar Boga spielen kann. Weil ich kann da so eine kleine Mauch sehen. Oha! Okay, also, aber okay, jetzt konzentriere ich mich wieder ab. Die spielen Frisbee, ganz fröhlich. Okay. Yay. Happy, happy, happy. Keine Ahnung, was die Pop-Tap spielen. Okay, da kommt jetzt das Mädchen. Eigentlich mal cute. Ich mag ihr Kleid. Oh nein! Alle sind zu ihr gemein. Why? Like, sieh sie jetzt schön aus. Carefully. Okay. Schau mal, warum stand hier carefully? Das bedeutet, ich war vorsichtig. Hä? Macht keinen Sinn, okay? Also, die hat eine 1+. Das ist doch gut. Du bist zu spät. Ey, die hat eine 1+. Das ist doch eine gute Note. Okay. Die Becci, Becci, das ist wie gemein. Oh mein Gott, das ist auch die, diese Lehrerin ist gemein für ihr. Wie gemein. Okay, jetzt rennt sie ins Badezimmer. Und weint. Ich habe auch zu den Strauch, wie gesagt. Okay. Was machst du jetzt? Da kommt dieses Mädel. Da kommt, oh! Let's make fun of it. Okay. Lass uns die auslachen. Oder lass uns es auslachen. Ich weiß nicht, warum die es, also it, können wir machen, statt she. She is es. Was machen wir mit? Okay, ich glaube, wenn ich mich nirg. Okay. Jetzt, oh nein! Die sind total mean. Gib mir mein Handy. Jetzt sagen die nein. Lass uns fallen. Habt nicht gefallen gelassen. Jetzt spielen die da mit. Oh, das war, oh ja! Handys kosten heute Tage viel Geld. Okay, jetzt sind die sauer. Oh nein, die haben es kaputt gemacht. Oh Mann. Die sind total gemein. Like, die wollte doch nochmal kurz weinen. Und jetzt sind die Handy kaputt. Und jetzt sieht die das Monster. Aber oh, ha! Sieht das? Oh mein Gott. Warte mal, lass uns dann wieder zurückgehen. Das ist wirklich unheimlich. Schaut euch das an. Tut mir leid, dass ihr euch das jetzt gezeigt habt. Aber... Nein! Nein! Leben wir nicht! Leben wir nicht! Okay, jetzt ist sie auch erschrocken. Bin ich auch! Also, jetzt friert sie. Ich mein, wir wissen ja nicht, welche Jahreszeit es ist. Und die läuft so im Sommerkleid rum. Also, vielleicht ist so Winter. Deswegen friert sie. Okay, jetzt geht sie ins Bett. Mein Gott! Hat sie ihr eigenes Apartment? Okay, jetzt wird's nachts. Oh mein Gott! Das ist Monster! Oh! Oh! Okay, was ist das? Come on, hüpf! Okay, also der hüpft jetzt. Und die ist so... Oh mein Gott! Hey! Jetzt hüpft der. Oh mein Gott! Das Wasser ist gelb. Ist das Bibi? Okay, also, ich frage mich, warum das Wasser gelb ist. Und da ist das Monster! Und er blutet irgendwie. Keine Ahnung. Ich frage mich jetzt nur, warum das Wasser so gelb ist. Okay, und jetzt fällt sie in ein Loch. Und dann wird sie von Satan gefressen. Ähm. Was? Ja, was? Okay, also... Und da, da spielt sie so... Keine Ahnung, was sie da spielt. Irgendwas. Und sie ist jetzt... Oh ja, ist jetzt da. Und er ist so... Uh, und sie ist so... So, ah! Ah, okay. Er ist so, yay! Liegen wir. Okay, und sie ist so... Keine Ahnung, was die hier machen. Keine Ahnung, wie hat sie gesagt. Ich weiß nicht, was sie dazu sagen soll. Okay, jetzt läuft er zu ihr. Sehr langsam muss sie... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, oh, oh! Oh, oh, okay. Oh, oh! Oh! Ähm... Also, äh... Ich weiß nicht wirklich, was ich so dazu sagen soll. Wir machen einfach mal weiter. Ich bin ein bisschen sehr traumatisiert. Oh mein Gott! Jetzt magelt sie auch noch. Oh mein Gott! Okay. 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 Dann kann man einfach gleich den... Ich bin nur in Meghan-Film schauen. So, jetzt sind alle traurig. So, was ist passiert? Es geht dir nichts an. Geh weg! Ich gucke mal ein bisschen... Für das Schamzeigen. Okay. Jetzt geht sie zu der Lehrerin oder keine Ahnung wer. Unterricht wurde gecancelt. Ich will Bücher lesen. Da kannst du nicht hingehen. Geh und setz dich hin. Okay. Okay, muss ich jetzt da im Filmhaus sitzen? Oh mein Gott! Jetzt wird sie sterben! Oh nein! Nein! Hier darf man nicht auf Toilette gehen. Wollen wir einfach zeigen, wie die jetzt auf Toilette ist? Okay, also jetzt kriegen sie ihren Kaffee. Ganz ruhig. So, yay! Kaffee! Ich will doch keine Bücher lesen. Und jetzt stellt sie ein. Oh! Ich habe erstmal ein paar Fragen. Ich glaube, das ist so wie... Keine Ahnung, wie ein Werwolf oder so ein Heid. Wie von so, ähm, Wednesday. Also, immer wenn sie schläft... Dann wird sie dieses Monster-Ding. Vielleicht ist sie sogar ein Heid. Vielleicht ist das so eine Wednesday-Spin-Off-Serie. Keine Ahnung. Ähm, aber warum ist sie einfach so eingeschlafen? Like, wer schläft einfach so an? Und sie hat einen Kaffee getrunken. Kaffee hat ja Koffein. Koffein ist ja im Prinzip Anti-Schlafsirup. So glaube ich. Also, das ist wenigstens Koffein. Und jetzt ist da einfach diese alte Dame auf der Toilette so... Und... Keine Ahnung, wie ich so mache. Keiner geht so auf Toilette. Like, um was? Okay, und jetzt wird sie sterben. Boah, ey. Hätte es früher in Rente gehen sollen. Eigentlich ist sie total happy. So auf Toilette. So richtig fröhlich. Oh, 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 oh. Ist braun. Oh, mein Gott. Ich glaube, das soll Blut sein. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht Blut ist. Oh, mein Gott. Weißt du eine Person, welche Farbe Blut hat? Alle sind draußen so untraurig. Ich wasche mir immer mein Gesicht. Ich mache mich immer ein bisschen besser fertig. Hat die gerade gesagt. Okay. Und jetzt geht die weg. Oh, diese Arme. Und jetzt sieht sie. Die tote Frau, oder? Okay. Oder nein, jetzt stirbt sie auch. Oh, 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 oh. Okay. Und jetzt... Uff. Warum ist das Blut dauernd so orange und braun? Okay. Warum braucht sie so lange? Okay. Oh, oh, da ist das Monster. Ah, oh, oh. Und da schläft sie. Warte mal. Ich habe eine Freie... Warte, wenn die doch da ist und das Monster ist da. Wie funktioniert das? Weil das ist ja aus ihr rausgekommen, oder? Weil da war nur so eine Szene, wo sie so schläft und da kommt ihr so auf das Ding so raus. So schlumm, weißt du? Ich bin total confused. Ich bin total confused. Like... Okay. Macht keinen Sinn. So. Und jetzt ist sie so, wow, was passiert hier denn? Don't... Komm, komm. Okay. Ich brauche mal ein bisschen Fiskel besitzen. Geh weg. Du bist es. Sie war es. Aber die wissen es ja nicht. Don't point fingers. Der fühlt jetzt auf. Oh, fühlt der jetzt auch mal dabei? Sie hat gefroren. Okay. Sie... 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 Sie kommt. Sie kommt. Hat er gerade übrigens gesagt. Oh! Irgendjemand spielt Eishockey. Oh nein! Irgendjemand spielt Eishockey. Oh nein! Ich bin nur gespannt, wer gewinnen wird. Oh nein! Ah! Ich habe Angst. Okay. Uff! Oh! 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 Was werden wir tun? Nein. Wir hätten nicht so... Wir hätten nicht zu gemein sein sollen. Er ist weg. Oh! Oh mein Gott! Es gibt ein... Oh nein! Die starben Fernsehen! Es gibt sogar ein Monster-Type 2. Oha! Scheint mal in die Comics, ob ich dazu... Ob ich auch nochmal reagieren will. So. Oder soll. Das war nämlich voll cool. Oha! Wow! Das soll eine Netflix-Serie sein. So Leute. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann bei nächsten Mal. Tschaui! Tschaui!